hier ist der hupe tapps ja genau der hupe tapps da ist aber nichts mehr untersucht ist schon alles gelootet hier waren wieder irgendwelche bei hinten ist ein crawler wo 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 den schießt sich jetzt in den arsch ja ja mach mal ich achte also nichts da hier bandagios mit sehr schön er ist ja mal eben vor mir gespawnt der sack nicht schlecht gesehen wo bist du hier hat da unten kommen wir über die container rüber und hopp hopp schnitzel auf galopp überstopp und überstein aber richtig nicht dabei muss auch mal sein ja ja hauptsächlich hat spaß den habe ich ja das spiel ist immer wieder das macht ja süchtig macht süchtig doch irgendwie schon kommen mit anlauf hier bei den zaun schaffst du das ja ich gebe mir mühe und schenker das war noch mal jetzt eine glanzleistung junge frau wunderbärchen und noch mal schon wieder ein zaun und hopp noch ein zaun also eine container das ist in ordnung zumal ich hier was ich will gucken wie ist so gehen wir jetzt auf die neue map oder jetzt auf die neue ja mal gucken ob da was los ist ich habe voll die unke im hals ja also hier ist ihr bei das wetter ist heute ein scrawler ja das wetter ist voll dritte ich habe ein voller wischt nur da ist er kommt da warte warte der muss näher sein ich wollte ihn auch mal erwischen dafür kannst die sachen ja mitnehmen zu tun mit fug und recht darf ich behaupten der kubus ist ein baller Mann hier ist es hier ist es hier ist es ob es so wo gehen wir hier immer hier und her Prozent kommen wir hier auf die blücke die Brücke am quali die bieten die sind die tippe da kenne ich noch ist aber schon was länger her so was ist das verrückt für ein wetter hier ist ja zum kotzen ich würde mal sagen es ist auch schneebelig ja aber es wäre wirklich schön wenn sie hier bei dem spiel dann mal noch mal sich dran geben würden ne ne ja und einfach noch mal ein bisschen was dran machen beziehungsweise noch ein bisschen mehr mehr ein bisschen erweitern ja ein bisschen mehr map wäre nicht schlecht wir sind erkundungs lustig mutig vielleicht nicht unbedingt wir gucken ob wir hier vielleicht schon was finden ja baby wir kommen aber wenn wir bis zum äußersten zipfel wollen müssen wir noch eine ganze ecke laufen ja das weiß ich aber ich weiß mal hier gucken ob wir hier vielleicht noch was finden ja gut ich gehe mal hier ich gehe mal hier okay einfach mal gucken ne hier schon gelootet leider nicht leider nicht da über die bahn könnten wir noch mal ja hier kommen wir runter dann kannst du hier unten da drin ja ja tschüss so in diese richtung müssen wir genau was du läufst schon in die richtige richtung ach so gut das war jetzt einfach nur mein sechster siebter achter sind also 12 13 25 ne richtig schließlich zu er das macht mir gar nichts du läufst in deinem verderben nicht jeden tue ich nie üben bettendor das sagt unruh auf die glänze und klasse an die hischen niedeltchen was ich schiedelte für die ich bin ich gehe du bist der wird sie dir auf eine kleine kaputze soweit wollen wir jetzt bitte nicht gehen das ist einfach weitermachen wie einfach mich aber gar nicht angefangen sich dann weitermachen spielen meine spiel und muss ja nun mal kommst du jetzt nicht mehr raus alter nein ich hätte ja jetzt noch ein paar sachen parat aber da ich mich nehmen dann lasse ich das mal besser so ich bin scheiße warte mal eben was ich verdurste gerade und sterbe ich verdurste ja ehrlich du hast ja habe ich gar nicht drauf geachtet so ein kacktrieb so jetzt habe ich mich mal eben wieder voll gemacht ich bin voll was ich muss im pipi machen nein das könnte ich auch so dann lasst uns mal weiter zappeln da draußen ist die hölle los ja ganz viele hunde wau wau so dass wir gucken wo was machen wir was machen wir geradeaus hier ja noch einfach mal ich weiß ja nicht du hast auf die map geguckt ja die map zeigt sich gerade nicht wir könnten leicht nach rechts abbiegen richtung litsch viel erst mal mit die spielte und nicht glitsch liebte entschuldige bitte ich finde das lustig nur einfach mal loswerden ja das ist es kann sich die glitschie die litschie litschie da schweben die steine nur die stadt der sexy so wird einmal gucken und kann da irgendwas finden obwohl der wohnwagen jetzt nicht so danach aussieht einfach geradeaus weiter und der wohnwagen ist auf jeden fall schon mal gelootet und in dem zeltlager hier ich glaube ich auch nichts mehr sieht nicht danach aus schaut schlecht aus das sieht verdammt schlecht hier wachsen schon blumen drin flower power make love not war bumm okay hier ist nix so was gibt es denn hier noch feines i don't know wir müssen mal gucken da wo viel party ist ja hier ist ja nischt deswegen haben wir auch hauptsächlich immer auf der alten map gespielt weil auf der neuen selten viel los ist ja das stammt erfahrungen das stimmt es sei denn wir rennen in richtung nether ja hier ist im moment keiner auf der map nee 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 nur so 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 scheiß gelbes wetter habe ich hier was gelbes wetter ja was ist denn das es ist nur ein einziger nether moment auf der map unterwegs und der ist auf der alten ja richtig am äußersten zipfel der wird uns also nicht der wird uns glaube ich im moment nicht unbedingt belästigen nee also das mit ihm gefährlich werden wird nix nee so jetzt gucken wir mal da über diesen und da willst du hier ins gebäude rein wir können auch über die bahn leise flitzen ja da will ich mal gucken ja da los äh warte mal was ist denn das da hinten nee oder sehe ich da was sag es mir weiß ich doch nicht komm rein hier hopp hopp ich versuche hier ist schon gelootet hier war was aber jetzt nicht mehr gut wo bist du lass ich mal weiter ja gut ich weiß nur nicht wie lang das hier wie weit das reicht weil warte mal ähm ja 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 wir haben noch einen anblick zeit ne ja warum ich hätte nämlich glaube ich noch ein step point oder zwei zwei ja einen setze ich auf stamina und einen auf survival oder ja mach mal oder auf strength ja so jetzt bin ich stark ich kann es unten bleiben hier oben ist nichts okay die 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 tja ist irgendwie ist hier nichts mehr nee ich glaube mit dem beschissenen wetter sind auch alle alle monster abgehauen die hatten auch keinen bock da drauf ja wie dämlich sieht das dann auch aus mit einem regenschirm ja das ist wohl wahr geht gar nicht nee das geht auch nicht da hinten links auf dem dach ja also hier an dem badsteingebäude vorbei das nächste ja oder habe ich hallo wieso was hast du da gesehen na ich meine das sah ganz interessant aus oder wir gehen so generell mal hm hier gucken hm wir könnten darüber tun ja hier so rechts hoch ne ja genau da könnten wir einmal gucken noch schnell ja machen wir mal ja 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 also rechts überholen freundchen hast du schon mal was von der verkehrsregel gehört ne du ne ich kenne keine hier ist nichts wir könnten hier runter latschen ok ich glaube nicht dass hier mehr ist hier ist schon gelootet na gut hier war schon jemand wie lahm komm ich wieder hoch äh wir können auch hier raus gehen wo bist du unten ein runter muss zu kommen klatsch du bist todesmutig achso ne doch nicht rausgesprungen ok da oben ein feuer da müssen wir ach ne das ist das ja da waren wir schon mal aber da können wir gucken kommen wir kommen da glaube ich hoch ja vielleicht finden wir diesmal was guck mal eben schnell noch und dann machen wir ein kleines Volkenschen ne ja natürlich probieren wir aus jungen maybe da 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 tschüss oh tschüss also hier dann mal hier gucken hier ist nix wo bist du jetzt auf dem anderen oh hier ist einer wo Tommi Kowalski wo bist denn du Tommi Kowalski ich bin auf dem Dach hier hallo hier na du Sack soll ich dich mal erschießen hä hey guck mal der hat nur ein Buttermesser tja Motor ne der heißt Tommi Kowal ja Tommi Kowalski komm wir gehen mal weiter hier ja tschüss da 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 äh ob wir da wohl rüber kommen mit Anlauf soll ich es mal probieren warte ja kommen wir mal gucken ob der das nach macht ne macht der nicht der verpieselt sich ne er hat Angst wäre lustig gewesen so wie der weiße Adler so flutsch äh wie kommen wir jetzt hier runter keine Ahnung vielleicht gehen wir erstmal hier rauf wo wird denn rauf da ist ja sowieso nix ui hier ist ein Rucksack äh schlaft hat man nicht aber der ist schon gelutet tja das habe ich doch gleich gesagt ja ich hätte ich dir sofort sagen können komm wir müssten aber nicht zurück ja wenn wir hier kommen wir nicht runter dann äh das ist ein bisschen hoch ne finzer ja lass das sein das kommt nicht gut na gut da ist ja schon wieder der Eiergub da ist ja schon wieder der Eiergub der tribe does not own this location der nimmt aber jede Menge Anlauf oder wärmste die die Flossen so was kann es lassen es weiter zappeln die so haben wir mal wieder bin erster war so nicht gedacht hier werden wir nicht glaube ich weiterkommen warte mal ich gucke mir auf Mäppchen ja die Richtung ist ganz cool hier haben wir doch aus dem Gebäude sind wir doch gekommen ja aber ich will ja wir gehen wir zurück also müssen wir in die andere Richtung aber hier werden wir nicht nicht so weit kommen weil hier ist alles irgendwie wasser aber hier kommen wir weiter hier geht es prima weiter das hört sich grandiosch an so das ist aber kacke hier ist ganz viel wasser das ist nicht schlimm dann lass uns einfach darüber hüpfen durch dem wasser durch dem wasser durch dem wasser ich denke das schaffen wir ey voll geil ja geht doch ne geht geht alles ne was nicht passt wird passen gemacht und 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 vorrangig ja das schnittlchen ist richtig gut geworden ne ja also mit den Abständen und dem abpassen das funktioniert heute ganz gut ich weiß nicht wie es morgen aussieht ja das weiß ich natürlich auch nicht man weiß es nicht so ich überlege die ganze Zeit wo könnten hier ein paar Gegner sein hier passiert ja irgendwie gar nichts mehr ne aber ich glaube wir laufen auch wieder zurück kann das sein nein wir laufen nicht zurück nein tun wir nicht nein 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 sagt was anderes ja ja ich glaube anders hin hier ist nischt nun was machst du da Blödsinn da ist auf jeden Fall nix ne da kommen wir nicht hin das ist unter Wasser boah ist das teuer boah ist das teuer boah du hast sowieso kein Auto ist mir egal wie teuer der Sprit ist weiter geradeaus ja lass uns mal weiter geradeaus Shadow Reapers is capturing your territory der kann mich mal oh guck mal da ist eine 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 Sarveson so Leute kommen da gehen wir rein und dann machen wir eine Pause yes weil das Kuhbusschen muss jetzt mal Pipi machen gehen die schnitt ist schon viel länger aber die denkt da gar nicht dran weißt du welkome to the serviceone ok wir haben es geschafft ja er ist da er ist da geh weg pssst geh weg geh nach Hause ich habe es zuerst gesehen ja ok hast du hier ist überhaupt kein Mensch ne ne was passiert eigentlich mit den Eierköpfen in ihren Hütten hier die die Verkäufer wenn die safe zone under attack ist ja nix die müssten ja eigentlich sterben aber da tun die nicht die wollen nicht kaputt gehen ne die gehen nicht kaputt das ist total bescheuert darf ich nochmal so also ich bin äh ja du bist fertig ich bin so jetzt bist du schon länger das wissen wir ich verbimmel das noch das braucht kein Mensch so wow wow das hat fast 400 dollar gebracht das ist gut so dann würde ich sagen an dieser Stelle warte so fertig ne ist alles gut machen wir jetzt ein kleines folgenpäuschen richtig und dann gucken wir mit dem brumm brumm in der nächsten Folge neue das war dass wiederfinden ne ja und dann warte waarte 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 whatsapp Uwe Lapp wenn nur noch ein Knopf gedrückt und jetzt auch wie sie so ich verabschiede mich an dieser Stelle ganz herzlich für mich für das Zuschauer hier kann das auch machen wird wird mein Tor enttäuscht ja und dann wir haben auch mal kommt ja okay und auf Wiedersehen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal tschüss